So, hier kommt jetzt der ganze andere Kladderadatsch rein. So, okay, hier kriegt man echt sehr viel. So. Okay, funktioniert das? Krass, da geht zwar nix kaputt, da geht. Aber doch, hier wird es gehen wahrscheinlich. Ne. Ach ja, ich wollte da noch den Dings da hoch, hier. Währenddessen esse ich mal eine Melone. Oh, aber jetzt wissen wir, dass es auf Schiffen sehr viel zu erbeuten gibt. Jawohl. Jetzt haben wir hier eine klasse Aussicht. Und ich würde dann gerne mal auf... Da hinten sehe ich noch ein kleines Schiff, sollen wir da hin? Also das da hinten ist unsere Heimat in Söl. Also ich glaube, das wird vielleicht eher in die Richtung hier gehen. So. Also in, äh, die Richtung hier. Anderes Boot. Weil da ist auch ein Turm. Oh my fucking God. So. Und da ist ein Apfel. Und da ist ein Zombies. Was denn auch sonst? Ganz viele Zombies. Ganz viele Zombies. So. Und da ist ein Hobbit. A bone. So. What? Alter, what the fuck? Ich kriege es da oben. Jawoll. Ein Bogen. Oh. Ich will hier erst mal zubauen. Aaaaaah. Oh, komm jetzt. Ich brauch Essen. Und ich brauch Baumaterial. Ob ich in das reingepackt, wie kann ich denn mein Baumaterial wegpacken? Puh, so. Glokopädie haben wir, glaub schon. Bauen wir jetzt nicht unbedingt. Packen wir mal hier den ganzen Scheißen bei Ironbow. Oh, ich glaub, das ist gut. Oh, das war ich nicht. Was ist denn das? Pinten. So, let's down. So hab ich aus dem Schiff des TNT nicht mitgenommen. Schiff. Wie dumm ich bin. Jetzt müssen wir gleich nochmal zurück wahrscheinlich. Alter. Ja? Bist lang. Ganz uncool. Was habe ich jetzt? Unter Wasser atmen? What? Ah, cool. Ähm... Alter. Scheißbiber. Deshalb würde ich einfach mal... Ich überlege gerade, was ich machen soll. Aber ich glaube, dass ich zurückfahre. Äh... Wo sind unsere Heimaten hier? Ach du Scheiße, wo sind unsere... Halt total falsche Richtung, oder? Ja klar, nach unten müssen wir. Ach komm, ich fahr da jetzt einfach. So. Spinne! Dann kehren wir hier gleich zurück, würde ich sagen. Aber ich will hier erstmal... Weil ich habe mir überlegt, ob ich hier mit dem ganzen Stuff... rumrennen soll. Aber dann habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Und da ist ein Schiff. Krass. Ähm... Ich will das nämlich erst bei mir daheim ablegen. Denn wenn ich jetzt da drin sterbe, will ich nicht alles verlieren. So. Deshalb lege ich mal kurz hier an. So. Ah! Nicht wegfahren. Egal. So. Dann mache ich gleich nur mit zwei Küchtönen. Äh... So. Und die packe ich einfach da oben drauf. So. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen zu ordnen. Also... Also es wenigstens mal ein bisschen geordnet ist. Ähm... Hier waren die Sachen drin. Hier schlauter Essen. Halt. Da sind noch zwei Leder. Hm. Ich sehe es nicht. Bin ich dumm? Ach hier. So. Dann gehen wir auch noch zu dem Schiff nochmal. Denn... Da... Möchte ich natürlich... Das TNT holen. Hier Leder. Erde. Hier am ganzen... Kladderadadad... Das nicht. Einfach mal hier rein. Ähm... Das dann. Das dann. Das dann. Das dann. Das da. Nehme ich vielleicht mit. Ah, das packe ich hier gar nicht. Das kann ich hier gar nicht reinpacken. Ja, gut. So, so. Ach, da ist schon voll. Machen wir es einfach so. Oh Gott, das ist ja auch noch ganz voll. Ah.